Ich bin die Christine Lenk, komme aus Schmalkheiden, das liegt in Südthüringen. Und ich freue mich wirklich, dass ich heute hier mit dabei sein kann, als Hans und ich gemerkt haben, Mensch, es wird eine ganz gute CD, hat er gesagt. Mensch, Christine, ich nehme dich mit nach Ottendorf-Ukrilla, war ich natürlich sofort begeistert. Und ja, heute ist es schon soweit. Ich wünsche Ihnen einen ganz, ganz tollen Abend mit schönen, vielen Liedern, sicherlich auch die ein oder andere Erinnerung an früher. Hans hat das nächste Lied schon ein bisschen angekündigt. Taste the Sweet ist auch mit auf der CD dabei und möchte ich Ihnen natürlich nicht voreinteilen. Viel Spaß! Geh davon aus, dass es Momente gibt, in denen jemand an dich denkt. Geh davon aus, dass in den Minuten wie diesen, den man sich dir schenkt. Geh davon aus, dass du in dieser Sekunde nicht alleine bist. Und geh davon aus, in den nächsten Minuten alles herum vergisst. Ich lade euch ein, exzellent verfugt zu sein. Lass uns die Augen schließen, den Moment genießen. Taste the Sweet ist alles frei. Wir sind dabei. Und sind scherzefrei. Wir sind dabei. Geh davon aus, in den nächsten Minuten. Dankeschön! 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 Dankeschön!